So Leute und willkommen zu der letzten Runde dieses Kapitels. Das wird was werden. Das ist klar. Alles klar, los geht's. Jo, los uns. Ah, nicht schlecht für so'n Fettsack, ne, auch noch richtig akubatisch hier, hochgeklettert und so. Ziemlich fit, würde ich fast sagen. Ja, ne. Schade. Excuse me! Oh, was haben wir denn hier schönes? Ne Kettensäge, jawohl. Ich schmeck die Säge. Ich verschwinde. Wo lang? Jo, ich stehe. Da hat er viel Spaß. Oh, was ist da? Ja! Oh, was ist das? Oh, no, 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 no. Tudo ziel. Das geht. Oh, fais. Bleib! Wow. Buh! 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 Reloading! Buh! 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 Ja na klar, er tötet dich. Ich hau voll rein. Haha! Nicht du, Alice, ne? Okay. Buh! Buh! Aber was haben wir hier? Spülmittel? Was ist das? Buh! Wow! Buh! Ah, Vorletzstar, okay. Vergiss mich nur so leicht. Hey, komm hier! Geh zu, ey, sorry! Ja, ich höre mich mal. Ich glaube, hier liegt noch was. Brandmonie oder sowas? Nee, ein Defi. Ja, mach ich zu, wa? Ja, alles klar. Ja, da wollte ich gerade kommen. Die Tür ist zu, sie haben keine Schlüssel. Alles klar.